guten morgen leute ich grüße euch heute am sonntag dem 16 april um 9 uhr 15 viertel nach neun ja bei 8 grad also kalt ist nicht unbedingt aber regen 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 hier hier und so viel regen im boden dass die regenwürmer die lungenatmer sind ja also die haben lungen hochkommen und hier rum kriechen jetzt sie meinte gerade schon werden ein eimerchen mitnehmen sollen die aufpicken für unsere hühner aber es ist einfach nur schäbig niesel regen aber wie man sehen kann ruby und bar ja fein fein gehört auf deinen namen unbeeindruckt da sie ist unbeeindruckt benny benny komm mal hier rauf weil der bursche zieht die kleine nämlich ganz schön mit aber wirklich regenwürmer ohne ende wir hätten die hühner mitnehmen sollen ihren spaß gehabt aber wirklich ohne ende ja brutal ist immer wenn wenn daraufhin dann sehr flott ist plötzlich trocken wird und die sonne rauskommt dann gibt es geröstete regenwürmer wo die hunde auch schon mal so knuspern ja jenny also jenny fühlt sich am unwohlsten würde ich behaupten die hat nicht so die anderen ist eigentlich okay war jenny heute ist sie jetzt zwei oder drei wochen zwei wochen zwei wochen zwei wochen ist sie bei uns wenn du mal schön hier ja fein ach freund sahne ist wirklich ein absolutes es nieselt in einem durch mal stärker mal schwächer aber es hört einfach nicht auf es hört einfach nicht auf man konnte auch gestern draußen nichts machen wir treten nicht auf regenwürmer aber klein ist relativ unbeeindruckt vom wetter kann man so sagen die ihren spaß ah kommt Rubi, quetsch dich mal nicht da rein, dann kriegen wir dich hinterher dann nicht raus, dann müssen wir noch den Baum fällen. Guck mal, wie interessiert, also da wohnt hundertprozentig einer drin. Sehr interessiert, die Bande, sehr interessiert. Ja, die haben alle so Spalten hier, die Bäume. Tja, alles hier, Nacktschnecken, Schnecken mit und ohne Haus, Schnecken mit und ohne Haus, aber ich würde sagen, du weißt, was ich meine. Komm her, komm her. Komm her. Komm her, komm her! So, wir haben es geschafft. Vielleicht ist er heute Nachmittag ein bisschen besser.